Und damit kommen wir zu dem zweiten Spiel, der jetzigen Gaming Late Night, ein Spiel, was ich durchbekommen habe, dass wir das mal spielen. Ich bin ja immer für merkwürdige Shooter zu haben. Und zwar werden wir spielen das Spiel S4League, das könnte einem noch aus einer unglaublich nervigen Prusil-Werbung im Kopf sein. Ich kann auf deinen Kopf springen. Ja, und wir, oh ich sehe ein Arschbäckchen. Und wir bilden gerade Türme, also wir sind hochprofessionell. Das ist auch der Sinne des Spiels, man muss große, schöne Türme bilden. Genau, mit mir dabei ist auf jeden Fall unser heutiger Streamer wieder, der Lasor. Der Lasor. Dann unser Gast, den wir heute dabei haben, die Pixel Queen, die Monroe. Hallo. Lasor, ich habe Lasor gar nicht sich begrüßen lassen. Hallo. Es geht schon los, also es sind alle die normalen Leute halt alle dabei, die man schon so kennt. Die üblichen, also zum Beispiel der Drachenbursche, der Lenn16, der Ironfist. Der Ironfist bin ich. Das ist richtig. Du brauchst halt ein Scheißspiel, das ist der Hammer. Ich bin gestorben, das Spiel ist scheiße. Ich weiß noch nicht, wo die Zeit. Hä, das ist eine Scheiße, ich gebe es doch gar keinen Piraten. Nein! Es gibt Anime. Was für eine Schande. Wow, und das ist das Spiel? Ja, das ist das Spiel. Ich habe so viel Werbung dafür gemacht. Das ist echt ein klasse Spiel, ich sehe schon, wir werden viel Spaß damit haben. Ja. Jetzt haben alle dieselbe Waffe. Gibt doch irgendeine andere Waffe. Es scheint die Sonne sowas von aus dem Arsch, wenn ich das hier spiele. Man kann eigentlich fix... Hey, der hat eine Waffe, der hat eine Schusswaffe. Was? Lasor hat schon wieder eine Schusswaffe. Ich könnte mit 1, 2 und 3 die Waffe wechseln. Bisschen ausprobieren, Alter. Lasor hat gechütet. Bisschen ausprobieren, da findest du schon Sachen. Das ist ein ganz lasches Standard. Was ist 3? Nichts. Au! Hey, wie kann man... Jetzt weiß ich, was ist das? Das ist ein Loch gefallen und komm nicht mehr raus. Hui, hui. Muss man nicht irgendwie noch einen Ball rufen? Ach, scheiße. Ich brenne. Komm, komm, komm. Ich frag nicht, ob der Iron Fist sich löschen kann. Ich finde... Nein! Stirb, Len! Nein! Der schießt da! Ich sehe hier niemanden. Ach, komm. Was ist das? Ich würde es loslassen, sag mal, ich würde es loslassen. Man kommt aber, glaube ich, recht fix an neue Ausrüstung ran. Ach, da gibt's noch mehr von dem Schraubtackspiel. Jawoll! Ach, Kacke! Ja, da gibt's zum Beispiel eine fette Kanone, die du einfach aufbaust und dann stehst du da rum. Hui! Also du bist das kacke. Ich weiß nicht, warum, ne? Aber das Spiel ist ja auf jeden Fall ein richtiges Performance-Monte. Gibt's auch einen Sinn von diesem Spiel? Wann kann man so schnell rennen, ne? Nein! Nein! Oh nein! Ich will auch mal einen Kill. Ach, scheiße. War immer nur blöde Assists. Wie lang geht eigentlich so eine schöne Runde von dem Spiel? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich sollte dann unbedingt den Toner machen. Ich auch. Nein! So knapp! Ich werde die ganze Zeit nur vom Blenden getötet. Das finde ich nicht schön. Finde ich gut. Das finde ich so, das ist ja unschön. Bei mir läuft einfach keine Musik, weil ich es zumindest mache. Nimm das! So und hier. Shit. Leide, Lesser, leide. Jawoll. Du gehst auch nicht, ey, der Lappen, ey. Ende, Stier. Oh Mann, ey. Knapp was. Du hast gerade ein Teamkill gemacht. Ist in Ordnung. Damit muss man leben. Ich finde das nicht in Ordnung. Oh, Reload funktioniert sogar. Kann man irgendwie rennen? Ja, doch. Klappet auf wem. Ist das scheiße, ey. Ist das Kerkel. Bonsai! Bonsai? Schade, ich habe dich nicht getötet. Was war das? Die Polo hat uns. Die Polo? Ach Mann, oh. Ich gehe in die Matrix ein. Oder was auch immer diese grünen Zeichen bedeuten. Nein. Dabei ist es doch so ein knappes und spannendes Spiel. 14 zu 12. Unglaublich, was hier abgeht. Wer hätte das gedacht? Nein. Ich glaube, das Spiel ist nicht so gut gewesen. Das Spiel ist in der ESL-Gefühl. Ich glaube, da müssen wir keine eineinhalb Stunden spielen. Ich schließe dich mal, bitte. Aber wie haben wir es? Ach, come on. Ja, gegenseitig rennen. Ja, das räumt sich halt nicht. Die Anfangswaffe sind auch einfach... Oh, komm, wir laufen zusammen los. Wir machen's platt. Okay, ja, ja, lauf. Ach, das wird besser. Kannst du rennen, ja? Ich fühle mich irgendwie nicht schneller, wenn ich renne. Schade, was super cool ist. Es sieht cooler aus eben. Das ist der Punkt. Das sieht cool aus, und man kann... Oh, oh, oh. Ja, ich wollte noch gucken. Wo bist du? Ah, da. Geht doch. Brauchst du Navi, ha? Warte, du hast keinen Schaden genommen, du dreckiger. Ja. Hab ich nie gesagt. Jetzt bin ich so rausgerutscht. Boah, da spiele ich. Wieso hast du keinen Schaden genommen? Das darf doch nicht wahr sein. Da ist jemand geflüchtet. Nice. Bye, bye. Der Lesser hat mich aufs Fenster geschmissen. Ja, ich hab keinen Bock mehr, dich anzugucken. Das ist aber gemein von dir, Lesser. Boah, man ist ja so schnell. Ey, man kann sein... Weg in der Hölle, du Schm... Ah. Na, na, na. Jetzt komm hier aber... Oh, verdammt. Wie kann man diese Granate eigentlich werfen? Auf drei auf der links. Aber keine feine Dame hier. Nee, 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 nee. Das hab ich auch nie behauptet. Oh. Ja, ich dachte hier auf unserem Niveau... Nein. Du bringst Niveau mit. Echt? Die Niveau... Das glaubst du doch nicht. Eila. Ich bin da voll begeistert, dass das Spiel jetzt endlich mal läuft. Hat... Ja. Wahnsinn. Nein, ich war mit den... Den hat's bei einen Witz. Was ist... Was macht der da? Also, laufen tut's bei mir super. Es läuft permanent über 60 FPS. Ja, ja. Ja, ja. Same. Ja, ja. Ich stream halt nur mit 30. Aber ich hab halt ab und zu mal so einen Ruckler drin. Okay. Boah, man kann auch aus dem Fenster raus. Wie geil ist das denn? Ja, ein Killess ist. Ich mag tatsächlich diese blöden Japano-Asia-schlechten Shooter. Das Taure ist... Japano-Asia-Schauffein! Wir haben ja verschiedene Season. In den Season ändert sich halt immer das Motto. Und das ist jetzt halt... Cyberflug, oh shit! Achso, das heißt, es sah anders aus. Gameplayer. Gameplayer ist reingekommen. Ah, größer, nee. Ah, fuck. Sorry, Lukas. Ah, spielt einer aus dem Stream, jetzt hast du das? Sehr cool, sehr cool. Ich weiß nicht, ob der im Stream wird. Ja, doch, Gameplayer ist bestimmt im Stream. So, was soll der im Stream sein? Was für eine Schande, ich wurde von Leather und Pixel Queen besiegt. Stand da. Bitteschön. Kann man mir unterstützen? Weil er hat ja mit Schande zu tun. Ja, fragt das Spiel, das Spiel hat es gesagt. Also wenn man einmal hier unten ist, kommt auch nicht mehr so, hab ich das Gefühl. Besser nicht darunter gehen. Leider enter. Willst du einen Messerkampf? Ein One-on-One mit Messern? Ich komm immer zur Schießerei mit Messern. One-on-one, knife, come knife round, knife round. Ach komm, ich strike den da. Ich bin auch dafür. Ey, man kann durch Deckungen irgendwann durchschießen, damit man nicht nur früher sein kann. Ja, die gehen dann irgendwann kaputt anscheinend. Ja, das wusste ich halt nicht. Wie kann man in Deckung gehen? Kann man in Deckung gehen? Ich hab dich gemessert. Ich hab keine Munition mehr. Pech gehabt, musst du messern. Auf R, Schandt nachladen. Auf R. Verdammt. Aber wir warten auch zu zweit, das zählt nicht. Wir haben Drachenbursch hat 25, ich hab 24, das ist mein 15 und Gamerplayer 8. Irgendwas macht Gamerplayer falsch. Ich find die Mini-Map so nutzlos. Ja, Laser. Die Mini-Map kann halt nichts, ne? Ja, so Gewohnheit. Was lernen wir daraus? Normale Waffen sind doof. Wie? Also, es sieht schlecht aus. Da steht gerade mal, dass diese, was wir jetzt gerade machen, die erste Hälfte ist. Das müssen wir scheinbar zweimal machen. Was? Ich bin ein Skiller, Laser. Ich bin ein Skiller. Ich bin ein Skiller. Skillen kann doch nur der Land. Nein. Das ist Wall Jump auch irgendwie noch. BÄM! Auf einmal ein lauter, eine laute Ente. Lesser, wie hast du das gemacht an der Wand? Ah, ich hasse Nachladen. Dieser Fuck ey. Komm mal zu mir runter. Nicht so ausfallen werden, Madame. Ja. Wenn du an der Wand dran bist, mach mal etwas. Wow. Wieso lebe ich wieder? Wot der Herr? Wie cool ist das eigentlich? Weil du respawn bist, Glenn. Das gibt's manchmal in so Spielen. Das ist was ganz Neues. Das gibt's nur in diesem Spiel. Hahaha. Ich find allerdings, der Wall Run ist ähm... Man kann Wall Run machen. Es gibt keinen Wall Run, es gibt einen Wall Jump, oder? Ja, Wall Jump halt. Der ist so nützlich wie die Minimap. Es gibt eine Minimap. Oh ja. Man weiß halt nicht, was auf der Ebene liegt. Was ist denn das für ein Schwert, das der hat? Oh ja. Der hat Geld bezahlt. Unfair. Nein. Es gibt Leute, die dafür Geld bezahlen. Ja. Es gibt auch Leute, so wie ich, die ab und zu mal ein bisschen was freispielen. Was? Und dann vergessen, wie der Account reißt. Spiel zur Spiraten zu mal? Halbzeit. Halbzeit. Oh, hier kann man eine Anzeige öffnen. Cool. Wow. Und Anzeige schließen. Toll. Weil ich denke, wenn ich sie öffne, ist das bestimmt Werbung, oder? Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Was sind das für geile Viecher da im Hintergrund? Wenn man öffnen drückt, schließt sich die Anzeige. Die haben tollen Hüftschwung drauf auf jeden Fall. Ich muss sie gar nicht machen. Was haben die da unten? Ich finde die cool. Die sind so wie die Minions, nur anders. Das ist die Halftime-Show. Anders, genau. Vor allem, sie laufen jetzt einfach irgendwo in irgendwelche Wände rein, die man nicht sieht. Sehr geil gewesen. Ach, die Halftime-Show, das ist wie beim Super Bowl. Richtig. Ahhhhhhhh. So, aber willst du mich umbringen? Wird ja auch nicht alle um. Guck mal her hier. Aua, Darkmind ist schon wieder besser bewaffnet. Die sehen meine Granate reinläufen dann nach Bein, auf einmal. Ah, ich bin noch gar nicht tot. Jetzt bin ich tot. Darkmind hat irgendeine andere Waffe. Ich warte auf, meh, ich brenne hier. Was hab ich? Hast du nicht eine andere Waffe? Äh, ich hätte nichts dazu beigetragen, sag ich es mal so. Sagen wir anders aus. Oder haben die ein paar Charaktere andere Schwerter. Aber das ist irgendwie so ein blaues Schwert gehabt. Ich kommuniziere mal mit den Leuten. Denkt ihr euch alle da? Sag mal, ihr sollt schießen, nicht pücken. Oh, ich hab den Kälte gekillt. Es gibt immer die, die sich pücken und es gibt immer die, die schießen, weißt du? Hä? Ich steh auf hier und treff dich deshalb nicht. Was? Ja, das macht voll Sinn. Das war richtig kack. Len 16 hat mich besiegt, was für eine Schande. Schack, das Spiel. Mit dem Doppeljump kann man so weit springen. Ich finde, dass es kein Iron Site gibt. Das gefällt mir tatsächlich richtig gut an dem Spiel. Ah, leidet alle. So, Len auch noch drauf gehen. Hat wehgetan, Drachenbursche. Ja, es hat sehr wehgetan, als ich vom Himmel gefallen bin. Oh Gott. Wo ist das? Als Drache versteht sie, als Drache versteht sie. Mhm. Natürlich. Ohne Zusammenhang klingt das irgendwie doof. Nee, da kann man so loschen machen. Ja, es ist ganz effektiv, hab ich gemerkt. Ja. Ja. Ah, ich hab keine Mundi. Fuck. Wie macht man so nen Wall Jump? An die Wand dran. Doppelspring an die Wand. Ah, an die Wand. Bestell dich an die Wand. Andy Borg, an die Wand. Celine, an die Wand. Oh, das ist ja cool, der Wall Jump. Uh, ist das gut. Warum kann ich nicht mehr nachladen? Warum kann ich nicht mehr schießen? Was soll der Mist? Warte, ich hol die. Oh nein, ja. Ach, man kann einen. Ah, ich weiß übrigens, man kann nach unten gehen und man kann auch wieder hoch. Ein. Ah, da, 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 da. Ah. Sweet schickt uns Liebe übrigens gerade. Oh, nicht ernsthaft. Liebe zurück. Er geht näher. Er geht näher. Oh ja. Niemand flippt Privatchat vorhin und flippt 3.000. Alter. Boah. Dieses Schwert, das ist voll uncool. Der ist besser als wir. Gameplayer. Der Gameplayer, ja. Der ist auch auf unserer Seite. Ja. Wir haben einen Sweet auf unserer Seite, der bringt aber überhaupt nichts. Eine Ente weniger. Heute gibt es Ente zu essen. Endlich so sauer. Endlich so sauer. Endlich so sauer. Endlich so sauer. Ich glaube jetzt eher sauer. Aber passt auch auf die Vogelgrippe. Boah. Jell. Der war so scheiße. Ich war grad dran ab. Also wenn ich meine Ansprüche sehr zurückschrauben, von heute wird mir das Spiel sogar gefallen. Glaub ich. Jell. Komm, rein dich nicht ab. Hörst du als Tote oder sowas ist es alleweilen noch? Halt dich besser. Ja. Halt die Klappe. Ist nicht besser als Tote. Ohlolo. Nichts. Da kommt die Pixelqueen. Nichts, was wir heute gespielt haben. Netter Versuch. Hier gegen einer. Komm, das ist unfair. Mit vier kann ich's nicht aufnehmen. Hätt's ja, hätt's ja wieder zurückgehen können. Ganz alleine das Spiel. Sag mal. Wie, hä? Ich komm immer auf die vier. Ich spare mir immer extra solche Kommentare und dann kommt Iron Fist und machst du noch viel schlimmer. Ja. Ja, verbal inkontinent der Gute. Mhm. Ja. Läuft bei ihm. So was nennt man... So was nennt man Logorö. Sprechdurchfall. Du kannst du was. Das ist gut. Okay. Oh. Sweetie. Nein, du bist doch schon auch dafür, dass da nicht der LN-Mann Tote spielen, oder? Scheiße. Wo bin ich hingeflogen? Was ist hier los? Woher bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Kill es ist. Stirb Len. Hüpf Len. Hüpf Len. Hüpf Len. Mach ich doch. Ja, zu langsam gehüpft. LASER! 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 Ich kann von der Wand wegsprengen. Boah! Irgendwie sind diese Schrott-Spiele immer am witzigsten. Naja. Ja, nein. Hello Kitty war schon über den Trash. LASER! 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 Level hinaus. Das war einfach nur noch schlecht. Okay, und los. Weiter, weiter, weiter. Lass uns mal nach dem Spiel einen Dekato nehmen. Das reicht dann aber auch, glaube ich, nach dem Spiel, oder? Nee, nee. Es gibt noch so einen Modus, wo man mit dem Ball ins Kugeln muss. Nein, wir machen... Ich würde sagen, wir machen wirklich nur zwei Runden, weil das ist zu viel. Nee, also anderer Modus sollte man schon nochmal spielen. Wir sollten dem Spiel eine Chance geben. Nee, das meint ich ja mit zwei Runden. Achso. Wow! Wow, nur noch fünf Minuten, schade. Dann klopfen wir das Spiel in die Tonne, wenn ich nicht richtig verstanden habe. So ein bisschen? Das kommt in die Best-Off-Liste der GLN eindeutig. Wir machen ja irgendwann... Irgendwann müssen wir eh die GLN Revival machen. Ja. Das ist dabei, ich sag's dir. Ich glaube, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Nein. Bei der 100. GLN dann. Sein dummer ein Gedanke, super. Toll. Wenn diese Kugeln nicht mal... Geh doch von mir runter! Nein! Ich steh gern auf dir! Lass mich! Schau auf mit deinen scheiß Kugeln! Ich bin in deinem Team, verdammt! Hahahaha! I see you! Mano! Zu zweit! Zu zweit! Au! Hilfe, Monroe! Schüt mich! Ja, genau. Mich abballern und jetzt Hilfe wollen, ne? Ja. Monroe, ich bin klein und zerbrechlich. Ich beschütze mich. Ja, mit 1,92. Ist richtig. Er ist auch der Jüngste. Ich hab Kampfsport gemacht! Bipipipi! Wenn die eigene Waffen gegen einen eigenen Sitz werden, bitte! Oh man, wo ist schon so viele Kills? Ja komm, dann nehme ich jetzt die Mediva von mir noch rein! Hare ein Pixel Green! Fantastisch! Wo kann man das sehen, wie viele Kills man hat? Oh, ich hab 51... Gesamtsk... Ne, doch. 51 Kills hab ich echt? Ja, du hast ein bisschen mehr als ich. Krass. Ey, Pixel Green ist auf mir gespawnt. Wer kann was? Du kannst tanzen, du hast kaputt. Sei still. Er tanzt sie zu Tode. Ist das ganz geschickt von mir? Ich hab keine Munition mehr, ich bin... Sagen wir ja. Aber... Immerhin ist das Spiel bunt. Wie kann Drachencoach 55 Kills haben? Das muss doch mal geändert werden hier, nein? Ja, ich tu schon mein Bestes. Bestes Spiel. Jetzt ist der Vollhorst auch noch drin. Und Limen 90. Oh Gott. Wir werden invaded. Wenn Drachencoach anfängt, das Spielzugverstehen ist vorbei. Vue Ergebnisse in 4, 3, 2, 1. Schade. Ohhhh. Ich würd sagen... You are the winner! You've lost the match. Ohhhh. Ein Wortitem. Wow, ich hab ne E-Karte bekommen. Tag mich Mission abgeschlossen. Ich hab ne 4-Karte bekommen. Ahja, 1500 Erfolge gibts. Aha. Zurück zur Lobby. Na oh, ich... So lange sie nicht wir sind. Oh, bonjour. Oh, Monsieur. So. Ich wollt' mich grade auszuschlafen. Ich kick mal wieder ein paar, ne? Na, ist doch lustig, wenn mehr Leute da sind. Hast du kein Passwort reingetan? Lass die Leute doch alle drinne. Ist doch geil, wenn mehr Leute mitspielen. Doch, da ist ein Passwort drin. Passwort ist... Passwort ist... Zu kurz.